Es ist ein Projekt des Herdner Caritas Verbandes, das wir seit 2010 hier in Herden engagiert mit vielen Bürgerinnen und Bürgern auf die Beine stellen, wo wir Menschen über Kultur, Kunst, Sport, Musik zusammenbringen möchten und gemeinsame Erfahrungen schaffen wollen für ein interkulturelles, friedvolles, demokratisches Zusammenleben in Herden. Vielen Dank. Michael, was geht mit dir? Ach, habt euch eine Ruhe? Dabei könntest du uns ja gut vertrauen, ne? Ach, habt euch eine Ruhe, dann mache ich Pause. Jetzt alleine kommen, wo ich mich bin? Ja, du musst jetzt langsam hier gezeigt. Ich werde dich mal in den Rappen führen. 1,5, 10. 3,5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 6, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10. 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 10. 5, 6, 7, 9, 10. 6, 7, 10.